Schäuble gibt weiter Gas Euro-Rettung statt Euro-Kritik Bundesfinanzminister Schäuble tritt weiter aufs Gas und stellt eindeutig klar, Finanzangelegenheiten seien Sache des Finanzministeriums. Damit bezog er noch einmal Stellung zur Äußerung des Vizekanzlers Rösler, der es gewagt hatte, um des Stimmenfangs willen die Verschiebung von Milliarden deutschen Steuergeldern nach Griechenland zu hinterfragen. Wie eine der gleichgerichteten Zeitungen Welt Online meldete, ging Schäuble noch einen Schritt weiter. Er sagte der Bild am Sonntag, Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die FDP sich durch einen Mitgliederentscheid auf einen euroskeptischen Kurs bringen ließe, genauso wenig, wie ich mir vorstellen könnte, wie man mit einer grundsätzlichen euroskeptischen Partei eine Koalition bilden könnte. Zugleich beschwichtigte Schäuble sofort wieder, er sei bei der FDP und Philipp Rösler ganz unbesorgt, denn sie ist eine durch und durch pro-europäische Partei. Damit deutete er auch unverblümt an, dass die FDP auch im Falle eines Mitgliederentscheides gegen den Euro-Rettungsschirm strikt auf Kurs bleiben wird und aber auch bleiben muss. Die Mitglieder sollten die Probe aufs Exempel machen und nötigenfalls der Parteienführung die Mitgliederbücher vor die Füße werfen, ohne Wenn und Aber. Was diese Aussage für das innerparteiliche Mitspracherecht der CDU-Mitglieder bedeutet, sollen diejenigen entscheiden, die dieser deutschfeindlichen Partei noch angehören und denken, die CDU sei noch zu retten. Wie diese Aussage auch im Hinblick auf die vielbeschworene Demokratie in der BRD zu werten ist, mag jeder für sich selbst entscheiden. Für die Regierung merkte er an, dass in der Sache zwischen ihm und Angela Merkel absolute Einigkeit bestehe und mit einer Stimme gesprochen werde. Dass viele andere auch reden, kann ich nicht ändern, so der Finanzminister. Rösler, Bundeswirtschaftsminister und mittlerweile Vizekanzler ist für Schäuble anscheinend kein Mitglied der Regierung und nur einer von vielen, ein Irgendwer. Die ehemalige FDJ-Sekretärin und jetzige Ministerpräsidentin Thürings, Christine Lieberknecht, CDU, trat noch nach und meinte zum Fokus, Ich frage mich, wie viel weiter ist denn die FDP politisch von einer Insolvenz entfernt als Griechenland? Diese FDJ-Sekretärinnen müssen ganz besondere Menschen sein. Eine wurde Bundeskanzlerin, eine andere nun Ministerpräsidentin. Was im Westen ehemalige Kader der K-Gruppen sind, Grüne, sind im und aus dem Osten anscheinend die Kader der FDJ und SED. Die einen unterwanderten die Umweltbewegung, die Grünen, die anderen die CDU und führten dort unter jeweils falschen Fahnen ihr zerstörerisches Werk an Deutschland durch. Der FDP-Generalsekretär Lindner unternahm einen schwachen Verteidigungsversuch, die Politikverdrossenheit der Bürger werde langfristig gefördert. Wenn das Vertrauen der Märkte wichtiger genommen wird als das Vertrauen der Bürger, äußerte er sich gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Da hat der junge Mann wohl einiges übersehen. Die Deutschen sind längst Politikverdrossen. Die Parteien haben an Zugkraft und Vertrauen erheblich eingebüßt und werden das verlorene Terrain auch nicht mehr zurückgewinnen. Durch diese Winkelzüge werden die Regierungsparteien das Vertrauen der Deutschen nicht wieder zurückgewinnen. Es wird ein Streit geführt, vorgetäuscht. Ein Streit über eine Sache, dessen Ergebnis längst feststeht und beschlossene Sache ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017